Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Die heutige Planetenausrichtung ist für viele von Ihnen beunruhigend, weil es dabei so sehr um Gefühle geht. Es ist schwierig, sich Ihren Gefühlen ehrlich zu stellen, denn Sie müssen sich Ihre Verletzlichkeit eingestehen und Ihren Schmerz anerkennen. Das ist für niemanden einfach. Vielleicht möchten Sie sich an Ihre Freunde wenden und Sie um Hilfe bitten. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie etwas bedrückt, können Sie sich vielleicht viel Pflege gönnen. Ein schönes Abendessen, ein heißes Bad und eine erholsame Nachtrohe. Karriere Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, werden Sie sofort Ihre Meinung ändern wollen. Sobald Sie Ihre Meinung geändert haben, werden Sie sie wieder ändern wollen. Diese Art von Verhaltensmuster wird sich den ganzen Tag über fortsetzen. Gönnen Sie sich eine Pause, um zur Mitte zu kommen. Liebe Es ist nicht gut, wenn Sie Ihren Kummer oder Ihre Ängste heute hinter einer Vielzahl von Problemen verstecken, anstatt Ihrem aktuellen oder zukünftigen Partner zu sagen, was Sie wirklich bedrückt. Sie werden das Gefühl haben, sich zu verstecken oder sich hinter etwas zu verstecken, das Ihnen Kopfschmerzen bereiten wird. Was Sie wirklich tun müssen, ist, bestimmte Gefühle auszudrücken, die Sie bisher mit großer Mühe verbergen wollten. Es ist nicht mehr klug, dies zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.